Dann Hallihallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Limbo. Mal gucken wie das hier weitergeht. Das letzte Mal hatten wir die Kreissäge des Todes hier, die mich Nerven gekostet hat. Aber ja, wir haben es ja gemeistert, Gott sei Dank. Ich dachte schon ich stecke da jetzt wieder drei Stunden fest. Aber dem war doch... Oh Mann, hab ich mich jetzt erschrocken. Mitten im Satz, ey. Oh, okay. Ja gut, da würde erstmal noch nichts mitgehen. Hier ist eine Kiste. Brauch ich die denn da? Äh. Warum sollte ich denn das aufhaben wollen? Guck mal erstmal hier oben. Mal hier langlaufen? Ja. Aha. Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Oh, okay. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Das schaffe ich nicht. Warte mal. Das muss ich mir bereitlegen. Den muss ich mir bereitlegen. Okay. Und da muss ich einfach fix genug sein. Äh. Nein. Nimm das doch mit. So. Okay, 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 okay. Nö, ich dachte, das wird doch nix. Ich darf halt, glaube ich, nicht zu schnell machen. So, jetzt ganz gechillt. Schillt. Ah, Mann. This is mies. diese blöde rupe ich glaube den sound werden wir jetzt noch eine stunde lang hören das geht ja auch nicht weiter da wenn das ding zu viel beschleunigung kriegt ist es ja auch nicht gut wie lasse ich denn das ding langsamer rollen ja guck mal wenn ich hier jetzt nicht gas gebe dann oh man nein jetzt hätte es doch fast geklappt warum hast du nicht festgehalten du Esel oh Mensch ja jetzt lässt er schon wieder los da ja ne das ist das ich muss so einen kleinen Spalt lassen dass sich das ausbremst eben gerade war es so schön perfekt na versuch Nummer 30 wo komm ich das heute noch hin ja jetzt geh doch oh Gott das ist super anstrengend komm schon so jetzt ist er fast im Stillstand hier so so das ist eine richtig fiese Stelle warte ich hab ne Idee mal gucken ob das so klappt ich muss ja ich muss ja irgendwie davor schon auf die andere Seite na oh Gott das war zu früh da hupt es halt nochmal so komm jetzt das würde ja wohl einmal funktionieren hier so ne so wird es erst recht nix oh oh ich wusste dass ich die Stelle nicht mag als ich es schon gesehen habe darf doch nicht mehr wahr sein so gut du 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 oh Gott Timing ist alles ne das ist echt anstrengend das gibt's nicht das gibt's nicht thôi wenn hin das ist das wir wenn Echt jetzt? Oh Mann, ja da kam gerade ein Hinweis aus dem Chat. Das Ganze wird nämlich auch live übertragen. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Hä? Ansonsten hätte ich da glaube ich nur eine Stunde rum gemacht. So, jetzt kann ich doch das Rädchen hier nehmen. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Das Rad kann ich doch jetzt hier drauf packen, oder? Ja, dann würde er mal wegrollen. Hä? Wozu habe ich denn diese Börse abgeholt? Ach, ich verstehe. So, hoch. Jetzt da hätte ich mich nur vom Rad mich überrollen lassen. So. So, so, so. Jetzt schnell, schnell, schnell. Da kommt nämlich gleich zurück. Oh, das war knapp. Oh, was ein Stress. Das Spiel sollte nicht Limbo heißen, sondern Stressbo. Okay, jetzt komme ich nämlich hier hoch. Und das bringt mir was? Das bringt mir, dass sich das hier jetzt bewegt. Okay. Okay. Muss ich wohl hier drauf. Und jetzt komme ich hier drauf. Irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich diese Kiste da noch brauchen. Kann das sein? Weil ich kann ja mit dem Zahnrad runterfahren, oder nicht? Natürlich werde ich die Kiste noch brauchen. Ja, natürlich brauche ich die Kiste. Warum habe ich sie nicht gleich genommen? So offensichtlich. Geh doch runter da. So. So. Und ich kann hier jetzt easy mit runterfahren, oder nicht? Und meine Kiste sollte ja jetzt auch da sein. Ja, perfekt. Oh, komm schon. Hör doch auf da hoch zu klettern. Nimm die Kiste. Hä? Äh, äh, ja? Das reicht aber an mich. Jetzt reicht es. Ja, aber wie zur Hölle mache ich das denn jetzt wieder? Ich brauche noch eine Kiste. Wo ist noch eine Kiste? Haben wir hier noch irgendwo eine Kiste? Bein zufällig. Aha. Ja, natürlich haben wir noch eine Kiste. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, dann halt so. Das ist... Das hat sonst nichts zu tun. So. Nimm die mit. Und jetzt nimm mich mit. Oh, sehr schön. Jetzt müssen wir uns hier so hinstellen. Bloß nicht runterfallen. So. Okay. Jetzt sollte das Ganze ja funktionieren. Theoretisch gesehen. Ja. Ja, perfekt. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt echt lustig. Muss die, glaube ich, erst mal zum Schwingen bringen. So, jetzt schwingt die da nämlich hin und her. Jetzt habe ich auch eine Chance, die zu erwischen. Okay, perfekt. Okay. Weiter. Aha. Okay, 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 okay. Ich verstehe. Oh Gott. Was geht denn jetzt? Oh Gott, alles dreht sich. Alles dreht sich. Alles dreht sich. Alles dreht sich so eklig. Hör auf, dich zu drehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey. 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 Okay. Neuer Versuch. Darf mir halt nicht auf die Rübe fallen. Ich muss das doch hier nehmen, oder nicht? Oder einfach chillen. Einfach chillen oder nehmen? Chillen oder nehmen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey. Das hat mich nicht mal angefasst. What the fuck? Was ist das denn? Okay, wir versuchen es mal mit einfach chillen. Ehe das noch 20 mal scheitert, äh, warte ich diesmal einfach ab, ob sich das von alleine bewegt. Irgendwie muss es ja klappen. Ich hoffe einfach, dass es bewegt sich von alleine, wenn der Winkel stimmt. Und ich mache mir so einen Stress, ne? So, auf das Zahnrad hier drauf. Da sieht es unnormal dunkel aus. Was bist du? Oh Gott. Warte mal. Aha. Warte mal. Ein bisschen weiter. So. Muss ich mir dazu, äh, schon mal vorbereiten. Okay. Jetzt komme ich im Leben nicht mehr da hoch. Das ist aber ganz schön eng getimed hier, ne? Das wird doch nie im Leben klappen. Warte mal. Ach, na ja. Denk doch einfach mal nach, Junge. Warte mal nach, Junge. Wozu hast du denn einen Kopf? So. So hat's geklappt. Oh, nicht schon wieder. Ich seh's doch. Oh, Gott. Ich hab die Kiste gebraucht. Ich hab die Kiste gebraucht. Nein. Komm ich nur an den Hebel? Oh, Gott. Ich bin so am Arsch. Das wird nix. Das wird nix. Wenn ich aber auch an jedem Hebel rumpullen muss, ohne erstmal zu gucken. Geh hoch. Nimm das. Ich würde sagen, jetzt klappt es. Alter, an manchen Stellen ist der Sound von dem Spiel echt mega laut. Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Aha. Meine Kiste. Okay, 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 okay. Ah! Einen auf denen, das hat jetzt geklappt. Ja, und nun? Jetzt hänge ich hier wie so ein Lurch. Ich möchte mein Seil nicht loslassen. Oder ehrlich gesagt, meine Kette. Aber ich musste. Ja gut, hier bleibt mir nix. Müssen wir nur gucken, wo die Kiste denn hin muss. Würde ja schon fast behaupten, da irgendwie hin. Oh Gott, oh Gott. Ich versteh's nicht. Ich versteh's gerade nicht. So, die Kiste kommt. Okay, das ist ja schon mal schön und gut. Oh! Schlag mich nicht, blöde Kiste. So. Jetzt. Was bringt mir diese Kiste? Was ist der Sinn der Kiste? Ich glaub, ich weiß, was der Sinn der Kiste ist. Oh! Nein! Okay, gut. Ich glaub, ich hab's. Eventuell. Mal schauen. Na los, na los, na los, na los. Komm, 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 komm. Oh Gott! So, jetzt muss er einfach schnell genug sein. Moment, Moment, Moment. Komm, 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 komm. Schnell, bevor das da runterfällt. Ach so, das hat funktioniert. Ja, da kommt nämlich der blöde Stein. Ich seh halt nix, ich seh nix, ich seh nix. Jetzt ist es sehr dunkel. Zahnrad. Okay. Ah! Oh, die blöde Made. Oh! 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 Nein! Er läuft in seinen Tod rein, ne? Warum muss das Spiel denn jetzt noch so stressen mit diesen Maden? Ist das Schlimmste, was es gibt. Oh, komm schon. Oh, Gott sei Dank. Ah, das Licht, das Licht. Ah, Brenne. Ist mein Kopf in Ruhe. Effekt. Matilda. Es ist Matilda, die, 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 die gierige Made. Was? Ebenfalls sah das aber anders aus. Um Gottes Willen. Oh! Oh Gott! Ich hab vergessen, dass ich ne Marder hab. Na! Und wenn er sich festhalten soll, dann hält er sich nicht fest. Ne? Und wenn er sich nicht festhalten soll, dann hält er sich fest. Okay, wie teile ich das denn jetzt? Okay, 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 okay. Und jetzt geh nach oben, geh nach oben, geh, 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 hoch, hoch, hoch mit dir. Schneeel! Nein, die Kiste! Geh weg! Ja, 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 befreit mich! Ja, danke! So, ich möchte bitte mitfahren. Danke. Okay. Oh, stopp, 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 stopp! Oh, da, da, da! Halt dich doch fest, Junge! So. Wir sind angekommen bei den Zahnrädern des Todes. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch denn gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein nettes Kommentar, ich würde mich sehr freuen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Unlucky und tschüss!